Dieser KI-Hype, der auf uns zukommt, jetzt machen wir mal den Graph von der Seite, aber hier sind die ETH-Projekte noch nicht abgestuft, also nicht wundern. Dieser KI-Hype, der auf uns zukommt, diese ganzen Projekte im KI-Hype, das sind relativ viele mittlerweile, sehe ich. Das sind relativ viele. All diese Projekte, oder viele von ihnen, haben natürlich starken Nutzen. Und all diese Projekte profitieren extrem stark von einem KI-Hype. Wir haben hier sowas wie Ocean Protocol, Fetch AI, sowas wie Render Token, ist hier noch falsch eingeordnet, nicht wundern. Rose, wir haben RGX, Veracity mit Proof of View, Gaiman, Oral-Chain, Kudos, GHX, Bit-Tensor, dann haben wir hier, was war das jetzt, Astro, ne, das war OVR, Astro, Ali, Limeware. Das sind alles Coins, vor allem auch Community AI und so, das sind alles Coins, die steigen sehr stark in einem KI-Hype. Sie haben es schon bewiesen, wir haben jetzt 2023 einen KI-Hype gehabt und 2024. Und sie sind dabei extrem stark gestiegen. Jetzt stellt euch mal vor, was los wäre, was los wäre in einer All-Coin-Season, wie stark diese Coins dann steigen werden. Dann geht es richtig rund. Dann geht es richtig ab. Und alleine die News, die jetzt immer wieder rauskommen, wir müssen uns vorstellen, die KI-Wende ist nicht ein Ding, was von heute auf morgen da ist. Die KI-Wende sind KI-Systeme, die sich selber irgendwann rasant, extrem schnell und gut weiterentwickeln können und immer besser werden. Und das, was viele glauben oder zumindest das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, ist sehr schwer hier replizierbar. Was meine ich? Wenn wir uns den E-Commerce-Hype 2020 anschauen, dann gab es ihn 2020 mit Corona. E-Commerce ist stark gestiegen, Projekte aus dem E-Commerce-Bereich, 38x hier für U-Trust. Also früher U-Trust, mittlerweile X-Money heißt das Projekt. 38x, okay, extrem stark gestiegen und alle dachten wegen Corona, okay, E-Commerce wird explodieren oder wird stark hypen, weil die Leute zu Hause sitzen und von zu Hause bestellen müssten oder können. Pustekuchen, dann hat 2021 nochmal ein 10x gemacht, okay, weil ein anderes Hype-Thema dran kam. Und jetzt glauben viele, okay, KI war jetzt 2023 dran, war jetzt 2024 dran, es wird nicht nochmal dran kommen. Und da muss man aufpassen und das Gesamtbild betrachten, weil bei KI haben wir einen Sonderfall. Warum haben wir einen Sonderfall? Weil eben diese KI-Revolution so gewaltig ist. Sie macht etwas, was es so noch nie gab. Sie bringt immer und immer und immer wieder noch schlimmere oder besser gesagt noch stärkere News raus. Wir hatten ChatGPT 3 oder 3.5. KI ist explodiert. Dann hat es sich wieder gelegt, abgeflacht, teilweise minus 70%. Wenn wir hier das maximale Minus ziehen, dann ist es verrückt, wie stark wir gefallen sind. 70% wieder gefallen und danach, 2024, kamen wieder einfach neue News raus in Bezug auf Sora und wir sind wieder gestiegen. Also generell kamen sehr viele gute News raus. ChatGPT 4 und Sora, wieder 18x. Und jetzt sind wir wieder etwas abgeflacht oder seitwärts geflaggt, aber es kann wieder hochgehen. Und das ist das Verrückte bei KI, diese Revolution, diese KI-Wende ist mehr als nur ein Hype-Thema. Das heißt, es kann dann immer wieder immer neuere und stärkere KI-Systeme rauskommen, News, die diesen KI-Hype pushen. Darum ist es nicht vergleichbar mit irgendwie YouTrust, was ich eben gezeigt habe, und dem E-Commerce-Bereich. Da ist es sehr fragwürdig jetzt, wie stark es wieder hochgeht. Aber definitiv, KI kann immer und immer wieder boomen und vor allem jetzt mit den nächsten Jahren. KI wird für immer bleiben. Guten Morgen, Ibrahim, viele Grüße aus Köln. Guten Morgen, Ahmed, mein Lieber. Denoki, aber nicht deine KI-Coins. Doch, doch, auch diese KI-Coins werden natürlich sehr stark steigen in einem KI-Hype. Auch wenn es in der zentralen Welt extrem starke KI-Anwendungen gibt, wird der Kryptomarkt darauf reagieren und stark steigen. Weil einige Projekte hier auch starke KI-Systeme anbieten. Fetch.ai, AGX, Veracity, BitTensor. BitTensor ist sehr, sehr stark. Also auch im Kryptomarkt gibt es KI-Coins, die sehr sicher gut steigen können und auch sehr sicher gute Anwendungen kriegen werden. Zwölf Lizenzen in Europa. Europa reguliert, EU reguliert. BaFin lizenziert in Deutschland und teilweise 300, über 300 günstige Kryptos in einem noch jungen, günstigen Stadium einzukaufen. Das geht alles so zur Zeit nur bei BitPanda.